Wir haben 22 Direktwahlkreise gewonnen, genauso viel wie die SPD. Es hat sich also ein polarisierender Wahlkampf in Brandenbrück stattgefunden zwischen SPD und AfD. Herr Woidke ist nur wiedergewählt worden aufgrund des Zusammenschlusses aller anderen Kartellparteien, um ihn im Amt zu halten. Also wenn ein Ministerpräsident Kretschmer zur Wahl von Herrn Woidke aufruft und im Prinzip seiner eigenen Partei, der CDU, damit in den Rücken fällt, dann zeigt das eigentlich, dass es eigentlich nur noch einen Wahlkampf gegen die AfD gibt und dass es hier eigentlich um Inhalte kaum noch gegangen ist. Man will eigentlich die AfD von der Macht, auch von der Regierungsverantwortung fernhalten. Das mag dieses Mal noch so gelungen sein, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir sehen es jetzt schon.